Hallo Michi! Hallo Kurt! Was machst du denn gerade? Ich spiele Tischtennis! Oh, ist das dein Hobby? Ja, das ist mein Hobby! Was ist eigentlich dein Hobby? Hm, ich habe viele Hobbys! Ich und meine Hobbys, meine Hobbys und ich! Das ist meine Zeit, meine Zeit für mich! Ich und meine Hobbys, meine Hobbys und ich! Das ist meine Zeit, meine Zeit für mich! Ich und meine, ich und meine Hobbys! Am Montag spiele ich Basketball, das ist mein Hobby! Ich spiele gern Gitarre, das ist mein Hobby! Am Dienstag gehe ich wandern, das ist mein Hobby! Ich mache gerne Yoga, das ist mein Hobby! Am Mittwoch spiele ich Schach, das ist mein Hobby! Ich mache gerne Fotos, das ist mein Hobby! Am Donnerstag lese ich, das ist mein Hobby! Ich male Katzenbilder, das ist mein Hobby! Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann! Ich und meine Hobbys, meine Hobbys und ich! Das ist meine Zeit, meine Zeit für mich! Ich und meine, ich und meine, ich und meine Hobbys! Ich und meine, ich und meine Hobbys! Ich und meine, ich und meine Hobbys! Am Freitag gehe ich schwimmen, das ist mein Hobby! Ich schaue gerne Filme, das ist mein Hobby! Am Samstag gehe ich feiern, das ist mein Hobby! Ich höre Hip-Hop, das ist mein Hobby! Am Samstag schlaf ich aus, das ist mein Hobby! Ich koch mit meinen Freunden, das ist mein Hobby! Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann! Ich und meine Hobbys, meine Hobbys und ich! Das ist meine Zeit, meine Zeit für mich! Ich und meine Hobbys, meine Hobbys und ich! Das ist meine Zeit, meine Zeit für mich! Ich und meine, ich und meine Hobbys! Vom Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann! Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann! Ich und meine Hobbys!